Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trouble in Terrorist Town. Mit dabei haben wir heute Krabswan, Dalokard, Grants, Ralffinger LP und Wolfskin von den Kombo-Helden. Hi Leute. Und Schmarf. Und mich, ja, genau. Hallo. In der Preparing-Runde, was ist das für ne Matt? Hausfriedensbruch, äh, Playground. Playground? Ja, da ist ein cooler Spielplatz für Kids. Ja, Playground heißt das nicht. Geil. Wenn du in dem Dingens, wenn du im Workshop nach Playground suchst, kommt diese Map. Okay. Also heißt die so. Auch in dieser Bubu oder so heißt. Wobei, wobei so Suburb irgendwie... Ja, hier ist irgendeiner hier im Garten der Frater-mäßiges Verhalten. Ja, du stalkst meinen Garten. Einen da gesperrt haben. Nur weil ich mich hinter einen Baum verzogen hab, da einen Haufen gesetzt. Dann stehst du da oben gleich, weißt du, und guckst dir alles an. Er ist das Hausfriedensbruch, Hausfriedensbruch. Er ist der Traitor. Eingebrochen bei mir. Polizei? Bei mir unten im Haus ist jemand. Man kann Granaten mit dem Magneto-Stick auch zurückwerfen. Im Wegshaus. Im Wegshaus. Damit noch ein Einbrecher kommt oder was? Die haben mich unter dem Bett versteckt. Ich werf mal ein paar meiner Stühle auf die Straße. Ja, aber wenn da ein Traitor ist und da fliegen Stühle durch, wie geil. Ich hab euch gewarnt. Mach noch mal. Mach noch mal. Wo ist eigentlich der Detektiv? Das sieht geil aus. Einfach so wie irgendjemand irgendwo rumsteht. Wo stehst du ungefähr? Oh, da steht jemand. Vielleicht treff ich den. No. Schade fast. Was ist das für Stühle, ey? Ich glaube, es ist Ralf. Er verfolgt mich. Nein, du bist über den Stuhl. Ey, schieß dich. Ja. Grenzen sind es. Der wollte mich nur beschuldigen hier. Rechtsklick, linksklick. Rechts im Maustaste. Aber der Stuhl ist zu schwer. Ne. Manche Gegenstände sind zu schwer. Aber wie hat er die denn gerade geschossen? Dann geht der. Also es geht. Aber manche Stühle gehen nicht so. Die müssten aber gehen. Einmal rechts gehen und dann bewegen direkt. Ich könnte dich jetzt so abballern. Vorsicht, Mikrowelle. Ich könnte dich die ganze Zeit schon abschießen, ey. Wow. Ich bin ja kein Traitor. Mach dir wieder Hausfrieden. Hier auf dem Haus. Du guckst mir die ganze Zeit ins Gesicht. Ich schieße dich nicht. Deine Frau hat schon drei Löcher gehabt. Marv schießt. Wie schmeiß ich den dann? Beim Maus bewegen und dann wieder rechte Maus. Marv hat auf uns auf irgendjemanden geschossen. Ich hab sie mir selbst auf den Kopf geschmissen, das Ding. Ey! Die Granaten fliegen nicht so richtig. Ralf hat auf mich gezielt. Granz hat auf mich geworfen. Er hat auf mich zusätzlich im Stuhl, ey. Wo ist Detective Krabs eigentlich? Der ist schon tot, ne? Detective Krabs? Wir haben keinen Detective. Und Detective ist schon tot. Doch, Krabs. Der liegt irgendwo schon. Krabs, sprich doch mal mit uns. Geh weg, ich hab ein Fahrrad. Hau ab, Renz. Ich schau dir nicht. Der hat sich bestimmt schon wieder übelst aufgeregt, weil er direkt in der Einleitung erschossen wurde. Ne, weil er wahrscheinlich vom Stuhl erschlagen wurde aus Versehen. Ich hab Krabs noch nicht gesehen, aber das ist eigentlich eher so ein Granz-Zeichen. Also ich glaub, einer der Traitor ist Granz. Ich glaub, Dalu ist es dann. Ne, ne. Du bist einer der wenigen, die sich das so verheimlichen, als wenn wer fehlt. Bei Dalu bin ich mir gar nicht sicher. Klar, der hat mich jetzt nicht erschossen, wenn er... Ey, ich hätte... Aber manchmal hab ich das Gefühl, der spielt halt auch so mit den Leuten, weißt du? Wolfskin rennt da vorne rum. Dich hätte ich... Die Leute hier nur unterwegs haben. Also wenn ich Traitor gewesen wäre, Wolfskin, hätte ich auf jeden Fall auf dich geschossen, weil du hast ja förmlich danach gerufen. Nein, du hast ja auch gerufen, erschieß mich. Der Traitor gibt's denn eigentlich. Wie hebt man den Stuhl auf? Es gibt zwei Traitor. Ich krieg das nicht hin, ey. Ja, wenn ich das nicht weiß... Ja, aber du standst halt auf einem offenen Feld und ich sniper halt gerade. Wollen wir uns duellieren, Wolfskin, mit den Stühlen? Wo ist Krabs Leiche, Granz? Wo hast du die hingetan? Ich hab sie im Hinterhof vergraben. Ich weiß genau, dass du das warst. Hab ich den jetzt? Nee. Krabs, wenn du noch lebst, sag mal bitte was. Äh... Wieso leistest du den nur nach oben? Wie... Warte? Nein, du hast du mir geklaut! Au! Und jemand hat... irgendjemand hat noch was... Aua! Ey, Ralf, verschrank mich total auffällig. Am Spielplatz, die Granate hochgegangen. Am Spielplatz sag ich schon an diese Skatings da. Irgendwas hab ich Schaden gemacht. Krabs! Also wenn ich gleich rauskriege... In welchem Zimmer liegt der? Ich hab alles durchgeguckt. Aber nicht mein Pool. Ich hab auch in den Pool geguckt. Vielleicht liegt er in diesem Gewächshaus. Ich hab Krabs gefunden. Ja, ja. Und wo? Der Traitor muss ja bald... Also wenn der Traitor... Da oben ist Blut! Ralf, ist es! Warte, wie bin's? Nee, 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 ich bin nur runtergelaufen. Nein, da oben ist Blut! Da oben war Blut! Wo ist es da nicht mal geschossen? Wo ist da oben? Das Haus, wo der Bus genau hinguckt. Ja, ja, schießt auf mich, genau. Das Haus, wo der Bus hinguckt? Ach, in dem Haus war ich sogar nicht drin! Da ist er! Er schießt auf mich! Er schießt auf mich! Ja, natürlich wird er so geschossen. Nein, 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 ich bin's nicht. Und der andere ist Wolfskin. Okay, ja, ich hab die Leiche gefunden. Verzieh nicht! Wer in diesen Raum kommt, wird sterben. Anderer ist Wolfskin. Wolfskin ist der andere Traitor. Aber der trifft nix. Wolfskin und Ralf, oder was? Nee, nee. Also, okay, pass auf. Wer von euch beiden inno ist, kann den anderen erschießen. Weil ich hab einen Traitor gekillt. Okay. Ralf, wenn du also Dino sein sollt... Oh, Marv lebt auch noch! Boah, das ist... Ralf, das ist... Ich hab doch gesagt, das ist Ralf. Wo seid ihr, Leute? Wo bist du, Marv? Marv, wo bist du? Im gelben Haus? Marv ist, glaube ich, tot. Marv ist tot. Nein, ah, da war Marv. Ich hab ihn gesehen. Ich hab's mir gedacht, ey. Krass, ey. Wo wurden sie erwischt? Grav tut mir leid, aber als ich gesehen hab, dass der Detective vor mir steht, konnte ich nicht anders. Oben. Oben lag er. Ich hab mir ne Waffe gesucht, war ich ein Detective, wollte ich mir ne Shotgun holen. Ich bin's. Aus dem Menü und... Wann war's das auch schon wieder? Warst du weg? Oh, guten Tag. Oh, warte, wenn du hier bist, dann nehm ich doch die Shotgun. Hallo. Pass auf. Hausfriedensbruch schon wieder. Mein Haus ist nicht mal fertig. Fick jetzt immer fertig. Aber nice, ey. Krabs ist bei mir und hat ne Shotgun. Gemein... Ich bin Detective, wenn ich da hab, ist Krabs sowas von, Trader. Detektiv da, lo. Wo sind... Wo sind wir? Ey, Krabs ist bei mir und hat ne Shotgun im Gewächshaus. Ich hab auch ne Shotgun. Ja, Gewächshaus, gut. Äh, das ist dann auf ne Rückseite irgendwo, ne? Jaaa. Boah. Nein. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin jetzt genau in der Mitte von der Mitte. Warum seid ihr das denn? Ich bin so bescheuert. Ich seh Mavzock. Ich seh Mavzock. Ich seh Mavzock. Einer steht da fies aufm Dach. Ich seh eh gut. Ich bin das, glaub ich, oder? Und hier ist... Wulffskin? Du musst nicht schießen, ey. Na, ich schieß nicht. Ich seh Grants. Ich seh Grants. Okay, sehr gut. Ich seh Wolfskin. Der rennt da uns gut. Ich find das auch sehr gut. Wenn du mich siehst und mich abknallst, dann... Ach, da oben bist du. Er zielt auf mich. Ja, genau. Warte mal kurz. Du schuldest mir noch das Stuhlduell. Marv, 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 Marv. Hallo. Hallo, Marv. Guten Tag, Marv, hallo. Ist Ralf. Ah ja, Marv. Schönen guten Tag, freut mich sehr. Ja, servus. Das ist ne Sackgasse. Ich werd da rausgehen, das ist gefährlich. Weiß nicht, wenn du der Traitor bist, ja. Wann legt der Traitor los? Crabs, lebst du noch? Ja. Ich seh Wolfskin. Er hat da hinten irgendwas gekauft. Warte, warte, warte. Ich guck mir das an. Ich hab was gekauft. Wie soll ich das denn machen? Ich bin innocent, du Nase. Hier explodiert irgendwas. Ich glaub, es war Wolfskin. Wolfskin geht zum Skaterpark. Er will da Drogen kaufen. Ja, ich geh skaten. Ich bin angeschossen, AWP, AWP! Ich hab nur ne Shotgun. Von wo, von wo? Alter, hier fallen ja Züge. Hier ist Wolfskin. Ich seh ihn. Wo ist die AWP? Ja, ja, rein. Oh Gott. Wolfskin snipert. Gerns hat ne Shotgun übrigens. Gleich gibt's nen Headshot. Wow! Was? Was war das denn? Au, ich brenne! Das war ne Granate. Jemand hat ne Granate geschmissen. Ja, hier drin im Haus. Au! Alter! Dalu ist es! Was tust du das? Ja, wieso willst du Granaten nach mir? Marv sucht mich! Marv sucht mich hier! Wir beide sind jetzt nicht Grenz. Wir müssen jetzt mal kurz aufrufen. Oder die beiden sind's. Aber Marv kann man halt auch nie trauen. Ne, Marv hat die Granate nicht geschmissen. Was soll das denn? Ich hab nur noch 71. Und ich schmeiß immer Granaten eigentlich. Ey, Marv! Rollfinger ist auch hier. Ach, scheiße. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ja, wie viel hab ich verloren hab. Ja, du kannst dich ja auch heilen. Kann dich auch heilen. Der Reinver folgt mich irgendwie, Leute. Wenn du mir beweist, dass du inno bist. Ja, wie soll ich das bitte machen? Indem du einen Traitor tötest. Soll ich mich mal eben bücken und du? Ich mein so ein 360. Ja, Vorsicht. Marv ist mir zu schlecht. Marv, guck auf den Fenster. Dalu kommt einer rüber. Ja, hier schleift sich noch jemand an, ne? Ja, ihr seid jetzt auch nicht hier bei mir, ey. Ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr seid. Ah, da hinten seh ich jetzt Dalu. Ich seh dich. Vorsicht. Ich seh dich auch. Ich seh Krabs. Ich seh Grenz. Ich glaub, Krabs ist es. Sonst wär er schon längst tot. Ich glaub, Marv ist es die Runde. Ich glaub, Dalu ist es. Ich bin immer noch Detective. Dalu ist Detective, ja. Kann schon mal so gar nicht sein. Ich denke, Rai hier könnte es gewesen sein. Was hast du von der Waffe in der Hand? Ich greif jetzt Krabs mit ner Granate an. Die andere Waffe, die du versteckt hast. Warte. Nehm ich in die Hand. Da eskaliert gleich was. Ich seh da Eskalation. Ich hab ein Fahrrad. Ich hab ein Fahrrad. Ich werd es einsetzen. Au. Da kommt Ralf. Blöd. Ja, ich will den Magnetestick. Au. Oh, hier. Das war Notwehr. Ich glaub, Grenz ist es nicht. Ich glaub, Grenz ist es nicht. Ich glaub, Grenz ist es. Ne, ne. Vorsicht, Shotgun. Es geht euch gar nichts an. Ich bin ja auch Detective. Ah, das steht schon wieder irgendwo oben drauf. Oh, der Marv blockt mich. Da ist einer gestorben, glaub ich, in der Garage. Nein, wir sind hier noch alle zu drin. Nein, da liegt keiner. Nein, nein, da liegt keiner. Wo ist denn Dalu überhaupt? Vielleicht geht euch gar nichts an. Dalu, hast du mich im Blick, Dalu? Ich hab euch alle im Blick. Sehr gut. Ich seh jeden von euch. Sobald einer schießt, hat er eine Kugel im Kopf. Krebs, bist du's? Krebs, bist du das? Nein. Einer fehlt in der Gruppe. Wo ist Nummer 5? Ja, wo ist Grenz hin? Ich bin hier ganz links bei Marv. Ah, jetzt seh ich Dalu. Auch da oben ist er. Ich kaufe mir mal eben die kleine Idee. Beklein hat er in so ein Haus und zielt dann nach oben. Alter, wer schießt. Wer schießt hier? Grenzen mit dem Stuhl, Achtung. Grenzen mit dem Stuhl, sehr verdächtig. Achtung, Grenzen mit dem Stuhl, sehr verdächtig. Achtung nach oben. Dalu, Dalu, Karte. Das ist Dalu. Marv hat da eine Garnate hochgeworfen. Dalu sei vorsichtig, da ist einer ins Haus gekommen. Ah, ich wurde angegriffen. Okay, wer war das denn? Das war Marv. Marv. Marv hat Marv. Neben dem Traitor. Neben dem Haus. Dürfen wir Marv töten? Ja. Schießt einer in mein Haus rein? Marv schießt! Alter, Krabs hat Marv erschossen. Ja, ich war richtig. Okay, okay, warte. Oh, stopp. Hör auf auf mich zu schießen. Ich hab nur noch sechs. Ich hab nur noch sechs. Wie sind die gleiche Krabs? Ja, gut gemacht. Krabs ist hier. Ich hab nur noch sechs. Ich bin hier oben im Fenster, ja, Leute. Ich bin hier oben im Fenster. Eine Bombe im Traitor Park, wollte ich sagen. Im Skaterpark. Eine Bombe im Traitor Park. Ich hab jetzt eh keine Chance mehr. Ich werde auf jeden Fall gleich drauf gehen, wenn der Traitor eskaliert. Bleib bei dir. Weil du Traitor bist. Ich hab nur noch sechs. Er will mich noch mitnehmen. Er will mich noch mitnehmen in den Tod. Also Krabs hat ihn ersch... Krabs ist safe. Aber Ralf Finger und Wulfs... Ja, oder was mit Wulfsken? Wulfsken und Traitor. Das kann nicht sein, dass ich schon wieder Traitor bin. Wulfsken lungert noch irgendwo rum im Traitor Park. Hab den Fohlen hier irgendwo gesehen? Eigentlich bin ich Detective, das weiß noch keiner. Also Wulfsken ist der Andere. Wulfsken ist der Andere. Weil er hätte uns was sagen müssen. Du kannst dich nicht verstecken. Warte, in 14 Sekunden sehe ich, wo er ist. Kommt alle so ein bisschen in die Mitte, aber halt ein Stück auseinander, dass ich euch alle sehen kann. Und dann ist der letzte Radarpunkt, ist ja Wulfsken. Ich bin hier hinten. Ich bin hier hinten. Und... Kräbs und... Moment. Eins, zwei, drei Punkte. Ich komme von... Ah, verdammt. Wer war denn? Du warst der Letzte, ne? Ja, ich wollte gerade los... Ich hatte nur noch 6. Ich konnte in der Horde nichts machen, wäre ich sofort draufgegangen, ey. Ach, Mann, Mann, ey. Einfach auf mich schießen, nur weil ich Granaten werfe. Nee, nee, du hast ja danach auch mit der Shotgun auf mich geschossen. Ja. Ich hab das Fenster erschossen. Du hast mich getroffen! Das war aber keine Absicht. Was sagt der Traitor zum Inno? Das war aber ne schwere Runde, ey. Die sind gut zusammengeblieben, wa, Marv? War nicht... Ja, ziemlich. Wulfsken hab ich gekillt gehabt. Ich war total der Innocent hier. Aber mir glaubt ja nie jemand. Es gibt viel zu wenig Deagels in der Map. Aha. Aha. Es gibt viel zu viele Stühle, das ist so verlottend. Ich brauch mehr Desert Eagles. Der ist immer Traitor. Inno's Hand. Immer. Ich bin immer Traitor. Ich bin Detective Traitor. Ich bin Inno und Traitor gleichzeitig. Oh, oh, das wird ja wieder lustig. Hat jemand ne Skateboard dabei, bitte? Ich hab ne Mikrowelle dabei, falls das hilft. Ich bin am Traitor-Park. Okay. Mach hier ne 360, ey. Werden hier Spritzen verteilt? Alter, nice. Gibt's hier Spritzen? Wulfsken, Vorsicht, Mikrowelle. Sack, hast du das gesehen? Mach geil. Mach geil. Das war, das war 900 da. Tony Hawk, der sniper ich. Ach, die Jallerbombe geht doch jetzt angeblich, ne? Ah, ah, ah. Also sollten wir nicht mehr, wir sollten nicht mehr so nah beieinander stehen. Also Krabs hatte zumindest, hier wurde gesnipert, oben oder so. Ich glaub, Wulfsken hat ne gute... Hat einer Damage bekommen? Nein. Dann war ich nicht. Ralfinger verfolgt mich. Ich bin Inno. Ich bin hier bei Black Tank. Scheiße, ich hab nur ne Sniper, was mach ich denn jetzt? Wir haben alle nur ne Sniper hier im Traitor-Park. Nein, hier rennen zwei Leute mit Shotgun... Da, Ralf mit Shotgun! Hey! Er hat auf Dalu geschossen, er hat auf Dalu geschossen, ich hab's gesehen. Nein, ich hab auf jeden geschossen. Ralfinger, ernsthaft? Ernsthaft? Er hat uns die Six Team machen wollen, er hat dann aus der Linke Maushaste gedrückt. Jalla, Jalla! Nein! Alter, Alter! Leute? Wer liegt denn jetzt noch? Der Traitor, du! Da ist noch einer irgendwo. Wo bist du? Geh weg! Wo bist du? Hinde dich! überhaupt! Baf! 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 Das, äh, war die gute alte Jalla-Bumbe, wie ich sie ja immer nenne. Dalu hat sich selber gesprengt. Ich weiß nicht, ob es jetzt einen Fehler gab oder nicht. Ich hab's nicht genau gesehen. Jetzt hier bitte Mission Impossible Musik einspielen. Ja. Er hat sich bestimmt irgendwo voll gut versteckt, oder? Meinst du die Antworten? Ja. Hast du mich gut versteckt? Bist du oben oder unten? Okay, ich hör auf. Ja, Schlingel. Das ist ganz schön spannend jetzt, ne? Ja. Oh, shit. Nee, hä? Hätte jetzt auch gehen können, was ich hier gemacht hab. Ach, scheiße, der ist in die U-Bahn gegangen. Oh, es sind ja noch zwei Minuten. Ich hoffe, den anderen macht's Spaß. Also, auf meinem Kanal ist es bestimmt total spannend. Ja, echt? Warum? 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 Wenn ich in geheimen Missionen unterwegs bin. So geheim, da wird niemand drauf kommen. Das sind die absoluten Battlefield-Tricks, die ich hier anwende. Alter, wo bist du denn? Das ist ja nicht mal ein Kampf. Stimmt. Ich bin eh Pazifist. Echt? Ich wette, da darf man aber ganz kurz einhaken. Craps, also der Traitor könnte sich ja ein Radar kaufen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Gospel dann nicht. Das wäre ja unfair. Wäre doch blöd. Gehe. Und sonst so? Läuft alles, ne? Läuft alles. Und selbst so? Ach ja. Alles gut? Ist ja ein Ding, ne? Ist ja ein Ding. Was ein bisschen blöd ist, man kann nicht mehr gehen in dem Spiel. Wo kriege ich denn? Wo ist denn das? Das ist ein Radioskacke. Das denn? Wo Fake war da? Will ich nicht. Ich musste auf jeden Fall gerade beinahe einen Zug erwischen. Ach ja, ach ja. Ich will überleben. Hör auf zu heulen. Nö, ich weine nicht. Ich suche dich. Wie du suchst mich? Ich hab deine Leiche gesehen, man. Ja, das ist korrekt. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Ich musste auch wieder zusammengesetzt werden, aber ich bin wieder da. Tramps, kauf dir mal bitte ein Radar, weil er versteckt sich irgendwo unten und ich weiß nicht, wo er in den kommt. Ich hab den auch schon lange gefunden. Ach, wunderbar. Überhaupt kein Problem. Weißt du, da ist er. Da ist er ja. Da war Feuer. Ja, ey. Wow, wir schossen diesen Ding. Wohin des Weges, Marv? Was? Du Schweine, ey. Boah, Marv, ey, richtig knapp. Er hat gerade noch die Jallerbombe gezündet. Hat sie funktioniert jetzt bei euch auch? Ja, ich hab keinen Error gesehen. Aber er hat keinen Schaden bekommen. Nee, er hat dich ganz kurz vorher gekillt. Er hat dich vorher erwischt. Aber kein Error mehr bei euch? Nee, Error war nicht da. Ich meine, ich hatte keinen Error gesehen. Guck mal, Magdalou. Ja, schon mal das.